Also man hat schon zu Beginn der Pandemie gesehen, dass Krebspatienten generell erhöhtes Risiko haben, sich zu infizieren und einen schweren Verlauf zu haben. Mittlerweile kann man es noch etwas besser differenzieren. Wir wissen, dass vor allem hämatologische Patienten mit Erkrankungen im Lymphsystem der B-Zellen ein besonders erhöhtes Risiko haben, während Patienten mit soliden Tumoren, beispielsweise Dickdarmtumoren, Magentumoren oder Brustkrebs ein insgesamt moderat erhöhtes Risiko haben. Also generell gelten die ganz normalen AHA-Regeln, Abstand halten, die Hygiene beachten und eine Maske tragen. Eine Alltagsmaske ist gut. Eine FFP2-Maske, wie es ja in vielen Bundesländern auch empfohlen wird, ist sicher noch mal ein besserer Schutz. Und zusätzlich muss man sagen, ist natürlich der Allgemeinzustand des Patienten. Also regelmäßige Bewegungen, auf eine gute Ernährung achten, sind auch Faktoren, von denen wir wissen, dass sie gut sind zu schützen vor einer Erkrankung oder auch im Verlauf, wenn es zu einer Erkrankung kommt, vor einem schweren Verlauf zu schützen. Ja, das sollte man nicht tun, weil wir auch wissen, eine unbehandelte Krebserkrankung ist ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Das heißt, wir wissen, wenn die Krebserkrankung schlecht behandelt ist oder nicht kontrolliert ist, verläuft eine Corona-Infektion noch viel schwieriger, sodass man verschieben keinesfalls tun sollte. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir haben mittlerweile auch gute Hinweise, dass sie wirkt. Sie wirkt etwas schwächer. Vor allem ist die zweite Impfung von besonderer Wichtigkeit, weil die in der Lage ist, dann auch einen besseren Impfschutz herzustellen, als es eine einzelne Impfung tun würde. Und das wissen wir auch schon von der Influenza-Impfung, dass auch Krebspatienten, bei denen ein eingeschränktes Immunsystem vorhanden ist, trotzdem von der Impfung profitieren. Und wir wissen auch, dass die Impfung selber gut verträglich ist und keine schweren Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum aktuellen Stand haben wir keine erhöhten Impfkomplikationen bei Krebspatienten gesehen, sodass man hier zur Impfung raten kann. Natürlich ist im Einzelfall bei besonderen Konstellationen da die Rücksprache nochmal mit den behandelnden Onkologen, Hämatologen sicher sinnvoll um zu planen, welchen Impfstoff und auch welcher Zeitpunkt gewählt werden soll. Das kann man so erstmal nicht sagen. Da kommt es sehr auf den Einzelfall, auf das Alter, auf das Geschlecht und auf die Grunderkrankung des Patienten an. Also hier haben wir noch nicht viel wissenschaftliche Daten. Wir wissen, dass die Impfung gefahrlos auch während einer laufenden Chemotherapie erfolgen kann. Wann jetzt der optimale Zeitpunkt ist, ist noch nicht raus. Sicher ist es so, dass man von der Impfung ja auch noch müde sein kann oder kleinere Komplikationen wie jetzt Fieber oder Armschmerzen, so dass man das jetzt nicht unmittelbar zur Chemotherapie kombinieren würde. Vielleicht in eine Chemotherapiepause oder in einem Intervall zwischen zwei Chemotherapien das planen sollte. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr wirksamer Schutz, wie wir auch schon von der Influenza wissen. Es ist sehr hilfreich, dass sich das häusliche Umfeld impft, die Angehörigen, die Bezugspersonen oder auch Pflegende eines Krebspatienten, um hier einfach zu verhindern, dass eine Infektion in den Haushalt und zum Patienten gelangen kann.